auf was für den Geld um die Explosive Kleber zu kaufen auf der Linken Linken Automaten an der Schäden exklusiven Kleber die Kasse genug Geld wo steht denn das wieviel der kostet Prozent 1200 irgendwas steht da ich hab 1800 ja dann nimm kauf dir kannst du gebrauchen oben rechts ganz fett ein Granaten-Mod ganz rechts da ist ein riesiger wackelnder Kopf da ist Granate und da wenn du da mit der Maus drüber fährst entscheid unten Explosive Kleber Level 4 Schaden 16 das nehm ich? das nimmst du bist du sicher? ach das ist ein Angebot auf der Seite genau dein Schild ist auch ein Angebot das ist ein Angebot auf der Seite das ist ein Angebot auf der Seite des Schlag und das ist ein Angebot auf der Seite